ja okay dann haben wir alles ne yeah i think so 62 hallo du nobody wants to hear about my disgust i feel a deep existential emptiness i am condemned to live in this torment by myself alone i gave shape to my exist existential anxiety and my dispassionate life together with the other cats in a book whose authorship was stolen by the thieving filmmaker nächster hund wetten wetten checkpoint okay ein brunnen okay ja boah was 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 verarscht alter jetzt dreht ihr durch oh ne ja turn around turn around okay schade dass ich nicht bestimmen bestimmen can ja can und barbie bestimmen kann wo ich wieder rauskomme och man warum dreht der sich denn so schnell wieder um okay weit läuft er nicht großartig ja nun move buddy er muss gleich wieder rennen jetzt lauf äh wohin denn okay er hat aufgegeben du kackst nicht auf meinen kopf hallo guck mal ist das hier ein mause ein mäusehaus oder so oder ein katzenhaus wie komme ich darauf ah ok ich schlachte so hoch springt sie nicht don't shit on my kopf please was ist denn dann erst irgendwie zwei drei level weiter dann habe ich 50 gegner auf einmal oder schrodinger oh da ist unser herrchen schrodinger koopa photographer cat holy mouse farts heilige mausfurze do you want to know the artist nice to meet you i'm koopa the well-known photographer maybe you know me because of my films too uh shall i i'm leaving right now i'm about to finish developing and i want and i wanted to be purrfect hi oh yes i saw him i couldn't forget him that staring look that absent look fascinating me i could see how empty his soul was looking for something memory is fraggle it breaks throughout the year's sadness and farewell when memories fade pictures remain like tiny glasses on the floor like moments full of oblivion i took a picture of him i felt obliged to capture that moment to make it remain in time he also took a picture with him he also took a picture with him ach er trug ein foto weiß ich okay so if you see him tell him that he owes me a tuna can it seems he didn't know me it was a bit degrading for a celebrity cat like me it was recently while taking the picture he looked at me and said oh my god i must hurry or she will get out of work and she won't be at our special place okay i think he was going to the city though he looked a bit disoriented can i do something else for you of course there's no problem i know where i can get another one every cat should have at least one for personal use personal think of the proverb where there's a box there's joy best of luck on your search thank you i just understood the half of what you say but it's okay do you want that i've published a book with my best picks it is titled cat cam to use the box was is denn y hä 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 kann ich so laufen ne laufen kann ich so oh aber oh ja geil we are schrodinger now and where's the next doggy there hallo ja muss schon ein bisschen schneller reagieren kätzchen sonst wird das nix och man du bist scheiße hund da war gerade an der wand so ein ding ins wo man katzen anfassen darf und wo nicht das kommt aber immer auf die katze drauf an und wie man sie erzogen hat melody zum beispiel kann ich überall anfassen und selbst wenn sie mich dann mal anzicken sollte stänker ich sie einfach äh dann stänker ich sie einfach und sie merkt ja scheiße mit der nicht ok schwanz und popo nope rücken go for it kopf awesome och der dreht sich da schon um dein ernst instant rage guck mal an der füße zum beispiel kann ich melodie auch anfassen wie ich will don't even try ja gut sie steht nicht so sehr auf dem mauch aber kann ich trotzdem machen vorderfote meh ja ist scheiße dann renne ich jetzt einfach los ich renne ich renne ich renne ich renne ich renne ich renne checkpoint war da noch irgendwo was ne knock knock du hässliche dein ernst komm her pitch 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 ja von bitch zu pitch oh da kann ich oh ja aber nicht einfach so ne brauche ich dafür wieder irgendwas hallo oh warum was ist das hier hä äh wie soll ich da denn hinkommen oh da oben ist noch ganz viel but how will I get there da macht keinen sinn da ist zu viel frei dann muss ich da irgendwie von rechts rankommen don't know how yet but ja komm her bitch bitch ich sollte aufhören rum zu bitchen das ist boring mit der zeit hallo wie komm ich wie komm ich da hin da oben ist ein balken aber das fenster bringt mir nix kann ich das hier schieben oh 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 nein wrong turn wrong turn nein nein hier ganz genau wir sind so stark zieh dollar obwohl es sieht aus wie eine 6 die 6 die 6 okay und dann habe ich wieder die richtige Höhe höf mir say so oh dachte ich schaff's noch oh nein nein manno aber hier diese wie heißt sie nochmal ich weiß es nicht oh okay diese goblin scramble nein scheiße die wie heißt sie denn nochmal hier diese viecher da diese ach nö ich und jump run kluger schatz jump and run nicht das end verschlucken ach jetzt mache ich schon wieder den gleichen Fehler ich muss einen double jump machen und die kacktauben hier überall oder kann ich nein ach warum hältst du dich denn nicht wieder fest oh spring hüse nein ach man deine nein oh I'm sorry kimchi ach nö hier kommt der Hund ach nö erst mal kommt eine Taube aufs Maul nein falsche Richtung man auch ein Leben ey fick dich hier war doch eben noch was davor irgendwas war doch hier gerade noch davor das habt ihr doch auch gesehen but what nur komm schon kimchi kimchi oh die Taube ist zurück go away nein kann sich nur um Jahre handeln ist aber schreit ja 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 oh Gott da auch noch rüber äh äh tot schön für dich hallo Taube eigentlich haben wir doch was gemeinsam ihr Gurt und wir schnurren also eigentlich eigentlich müssten wir uns lieb haben äh saa saa wo los hast du keine Muckis oder was Nein, doch, Mann! Ja. Oh, das hätte ich auch gebraucht, sonst hätte das gar nicht so, ne? Das konnte ja gar nicht klappen. Oh, Kit Cam! War da unten noch was? Ne, ne? Ne, ich glaube nicht. Okay. Boah, euer Ernst? Nein! Och, nein! Och, was? Entwickler! Ihr seid ganz schön mies drauf, ey. Okay. Oh, Mann, gut, der hier nicht. So, und jetzt? Nein! Dort! Oh, da war noch eine! Och, ernsthaft, jetzt muss ich... Komm her! Los! Oh, ja, renn doch mal! Och, Mann, ey! Wann wusstet ihr nicht, Katzen haben nur sechs Leben? Das hat schon alles seine Richtigkeit. Nein, spring! Nein! Nein! Ja! Oh! Oh! Alter, Finne! Na, du hässliche, komm her! Ja! Oh, nein, die fallen runter! Bei diesen komischen Sims, da habe ich da aber eben nicht mit gerechnet. Hä? Wo war der? Habe ich aber nicht gesehen. Taube! Oh. Na? 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 Ach, hör auf. Taube! Komm her! Ich will nicht noch auf dich rauffallen. Nisse! 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 Äh... Nisse! Nisse! Wie kommt man da denn hin? Ah! Ja? Boah, ihr Schweineentwickler, ey! Okay. Aber hier haben wir noch unten einen. Nisse! 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 Alter! Nisse! Niemand hat gesagt, es wird leicht. Oh! Okay. Dann sollten wir hier alles haben. Hoff ich. Bum! Schrodinger. Ja, geh mal weg. Ja, nee, ist klar. Och, Mann! Where do you move? Where do you move? Nein! Ich bin nicht da. Och, Mann! Das hält doch... Och, Mann! Oh ja, renn noch rein wieder, ey. Mann, gut. Die haben wir jetzt alle schon. Ja, Tatütatat gibt's bei mir immer gratis. Müsst ihr gar nichts für bezahlen. Aber ich müsste jetzt ja... Alter! Hier ist Erse! Ja. Ich müsste jetzt ja eigentlich soweit alles haben an Dingen. Und vor allem drei Leben. Ist es nicht wundervoll? Komm her, du! Wo bist du? Nein! Och, schon wieder die falsche Richtung! Cockfee, du dreckiges! Toll. Mit zwei Leben an dem Köter vorbei. Of course. Äh! Toll! Angel! Ja? Bis wohin geht der Hund? Hallo? Hallo? Erzähl mal hier. Bis wohin gehst du? Okay, genau bis da. Das ist doch, äh, schön. Maybe it works. It works. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja. 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 Ja, fällt hier irgendwas runter? Hier kann ich wieder schieben. Äh, wohin denn genau? Vor die Tür, ne? Ich höre schon wieder ein Mädchen, Mautzen. Mautzen und... Oh! Mautzen und schnurren. Ah, okay. Äh, 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 äh. Ja. Da soll ich gar nicht hoch. Okay. Ja. Hey! Oh! Sheldon! Oh mein Gott, so cute!